Diese Leute wünschen nicht, dass die AfD das größte politische parteiförmige Sammelbecken für Neonazis und Rassisten, für Antisemiten das Andenken ihrer ermordeten Eltern und Großeltern schänden. Dutzende von Überlebenden des NS halten sie den Mund. Diese Parteiförmigke sind die Ideologie der Mörder von Auschwitz, dieselbe und die haben wir nicht zu suchen. Untertitelung des ZDF, 2020